Meine Güte, Thomas, ich hab erst gestern eine neue Rolle Alufolie gekauft. Mutter, bitte nicht jetzt. Ich bin gerade live auf TikTok. Wo bist du live? Ich hab's dir schon tausendmal gesagt. Es ist nicht erlaubt, mir Fragen zu stellen. Ich zeig dir gleich nicht erlaubt. Okay, gut, Mutter, mach jetzt bitte keine Show draus. So, das reicht jetzt, Freundchen. Ja, lass die Wildheit raus. Und klopf das nächste Mal, bevor du in dein Palast reinkommst. Habe ich doch. Aber du drehst doch immer deine Musik viel zu laut auf. Schon seit gefühlt zehn Jahren immer dieselbe Musik. Na, du konntest mich auch anrufen. Ja, hier anrufen. Die Anrufe auf deine Nummer kosten mir immer die halbe Rente. Herz 5. Hänge sofort auf damit und schalt den Computer aus. Aber Mutter, meine Untertanen brauchen mich. Freddy, keine Show. Ich habe gesagt, Schluss für heute. Und wehe, du nimmst noch einmal meine Alufolie.